ARKARWA ARKARWA Weißt, seit der ersten Szene, wo in Arakawa sein Vater erschossen wurde, mit der Knarre in der Peking-Ende da drin, oder halt unter dem Ding, warte ich jedes Mal drauf, dass da wieder einer eine Knarre zieht. Jetzt war wirklich eine drunter und die war eigentlich dafür da, um den Maoki zu killen. Hahaha ARKARWA Okay, dann zum Beispiel. Dann wollen wir Es ist der Zeit, die Bewerber zu einem guten Tag geben. Von heute wird die Bewerber ausgesprochen. Das ist ein bisschen darüber. Das ist das die Bewerber von den Auslanden-Kurme. Und was die Bewerber? Die Bewerber von der Bewerber, der Bewerber im Hauptsache, wird die Bewerber der Bewerber-Lehrung. Ich bin der Kugel von Kanagawa Niku. Das ist der Garten von Isesaki Road. Ist das der Garten von Isesaki Road? Wir gehen jetzt! Wir wurden beschissen. Wir wurden eiskalt betrogen. Jetzt fragt ihr euch, wie denn? Ging es nur die ganze Zeit darum, den Kandidaten gegen den Kuhme aufzustellen, weswegen wir drei Millionen Yen sammeln sollten? Dann wurde nie ein Kandidat gefunden. Und genau, es wurde nie ein Kandidat gefunden. Aber ich habe meine drei Millionen nie wieder gesehen. Was soll denn der Scheißdreck? Jetzt mal ernsthaft. Was soll der Käse? Ja, bitte sammle drei Millionen. Am Ende habe ich es eigentlich nur gesammelt, damit ich dem drei Millionen in den Arsch stecken kann. Du bist in der Kandidaten für die Kandidaten. Ja. Ich glaube, ich habe nicht gedacht, dass ich die Kandidaten für die Kandidaten habe. Ich bin sehr glücklich. Was soll ich auch noch ein paar Sachen bekommen? Ich habe keine Kandidaten. Ich habe keine Kandidaten. Was ist das? Das ist gut. Ja. Ich habe mich auch noch etwas, wenn ich mich nicht verletze. Hast du keine Kandidaten? Kannst du das auch machen? Ich möchte das auch nehmen. Ich möchte nur noch 10,29 anpassen. Das ist kein so dumm. Das ist nicht so dumm. Ihr müsst... Wie kannst du die Prüfung ablegen? Alter, jetzt haben wir so viel Kohle, jetzt könnten wir das eigentlich machen, ne? Karisma müssen wir hochbringen. Intelligenz plus 100. Flackenkunde. Wat? Alter, wir müssen vorher speichern. Ich mach jetzt mal eins. Eins machen wir mal. So zum Ablenken. So. Okay. Okay. Mama, wo ist ein Karisma? Da ist Karisma. Ernährungskunde. Alter, weißt du, jetzt ist es eigentlich dein Geld. Welche dieser Nährstoffe befindet sich nicht in Tomaten? Was? Äh? Alter, ich hab... Wie lautet der Gang genau für eine kalte Suppe aus Kartoffeln, Sahne und Boulion? Ich bin grad baff, Alter. Ich bin grad ein bisschen baff, Alter. Samyitan. Der Name einer ungesetzeckten Fettsäure, die sich im Rotlachs findet. Ich hab keine Ahnung. Ja, aber wird Käse hauptsächlich mit Kuhmilch in Verbindung gebracht. In Skandinavien jedoch wird Käse aus der Milch anderer Tiere hergestellt. Welches ist eins davon? Delfine. Ja, aber wird Käse hauptsächlich mit Kuhmilch in Verbindung gebracht. In Skandinavien jedoch Käse. Skandinavien? Renntiere? Welche dieser Komponenten befindet sich in scharfen Gewürzen wie Chili-Pfeffer, die den Appetit fördern oder Fett verbrennen? Äh, äh... Collage-Kapsaicin? Alter, ich bin sowas von durchgefallen. Alter, ich hatte gerade mal... Oh, die letzten zwei hatte ich richtig? Vitamin D? Michi-Sciose? Doku-Sai... Alter! Rentier und Capuzini. Alter, Schwede. Fast! Vielleicht ein paar Tipps geben, bla bla bla. Ja, leck mich fett. Kann man das... Gibt es da... Gibt es da... Die Lösungen dafür? Jakusa-Like-a-Dragon? Äh... Test... ...Antworten. Okay. Äh, geh weg! Ja, ich akzeptiere... Warte mal, was ist das da? Äh... Gehen wir mal hin. Also gut, wir machen das nochmal. Die 50.000 sind mir jetzt eigentlich scheißegal. Ich weiß, ich könnte laden, trotzdem. Äh... Wo war's denn? Güte 50k? Das mal 50. Äh, was ist das? Ernährungskunde. Äh... Nutrientest... Was ist das da? Nee, das ist nicht das. Pharmakologie... Nach Pharmakologie wäre das... Warte mal... Äh... Pharmakologie... Nutrientest... Gibt es da verschiedene? Ach nee, warte... Doch, Ernährungskunde... Nach Pharmakologie wäre das... Oder? Hazardous Material, ja. Ja, das ist schon das. Äh, das ist mal was anderes. Okay, da müssen wir... Wahrscheinlich kriegen wir da... Okay, okay, okay. Wir müssen schauen. Das sind immer andere. Ah, okay, das müssen wir... Rentier. Spanisches Gericht. Tapas. Zu welchem Gericht gehört Fisch? Äh, äh, äh... Aquapizza. Gegenüber für Suppen... Billion, was war denn das? Vichy-Soße? Nährstoff findet sich nicht in Tomaten. Äh, das war C, oder? Vitamin D. Puh. Gut, dass man das nachschauen kann, Alter. Was ist das für Zeug, Alter? Das weißt du keine Sau. Ich komme jetzt die ersten Antworten schon rein. Äh, das ist schon... Bestanden. Okay. So, nochmal Persönlichkeits-Check. Zack, was fehlen uns? Fünf, vier, 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 vier... Okay, wir sind mit allem auf vier. Alter, wir können das bis auf Nummer eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun... Boah, zehn? Holy shit. Ey, zehn ist schon übel. Weil das meiste, was wir bisher brauchen, war, glaube ich, vier, ne? Ich glaube, für einen Job brauche ich fünf. Aber hab ich hier nicht was gepflanzt? Ne, hab ich nicht. Äh, da hinten. Äh, genau. Ah, da ist dann die Karre. Ja, da ist dann die Karre. Ich hatte einfach keineine Ahnung, das war's. Das war's. Ich bin auf dem Weg. 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 Mir sait, ob ich die gläuphase, dass doch keine000ädenANen wurden gewidmet. Ich bin in einer anderen Ich bin. Okay, ich bin hier. Ah! Das war's für heute. Du kannst dich nicht aufhören! Der kostet ne Million! Heilige Scheiße! Alter Schwede, ne fucking Million! Das ging aber fix. Also den würde ich nur noch bei dem Boss einsetzen. Was ist mit den anderen Leuten passiert und die sich aufgelöst? Ich habe mich nicht verletzt, oder? Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt, oder? Und dann? Wann? Woher? Wann? Wann? Geh! So, so, so! Aber ich habe alles in der Homepage. Aber Sie sind nicht mehr so weit weg. Was ist das, was Sie? Dass Sie die Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh. Schauen Sie sich. Die schauen halt, wie wenn sie aufs Klo müssen. Was? Das Team der Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh. Sie sind Sales mit dem Weg zu machen. Wenn die T histenken. Wer? Okay? Das ist nicht so groß. Das ist kein Schüler. Das ist ein Schüler. Das ist ein Schüler? Nein, das ist nicht so. Na, dann schauen wir uns mal die Säloh-Tausch. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ich weiß nicht, was ich mit dem Schrauben erinnert. Aber du bist ja... Wenn die Jäkla verletzten, dann hat er kein Jäkla aus dem Kammelhof aus dem Kammelhof. Dann hat er noch viele Jäkla in den Kammelhof. Was ist das Jäkla in Kammelhof? Ich habe gesagt, dass ich den Kammelhof in den Kammelhof aus dem Kammelhof. Ich habe die Möglichkeit, die durch die Schreie zu überlegen, die sich ein Schreie zu verhindern. Ich weiß nicht, aber so ist es, dass die Schreie zu verhindern, wenn die Schreie zu überlegen, die in den Schreie zu verhindern, was wollen sie, was er selbstverständlich ist? Was die Schreie zu überlegen? Die Schreie zu überlegen, ob Sie das eine Schreie zu verhindern, den die Schreie zu verhindern, die bei der Karnow-Masumi-Gerübersetzte haben. Das heißt, ich glaube, dass die Yakuza-Systeme sich selbst verletzten, aber das ist die Wahrheit, dass das wahrnicht, dass es nicht so einfach am Ende ist. In der Tattoo, in der Tattoo, keine Jäkza-Systeme für die Einwohner. Das ist, dass ich die Arbeit von Breach Japan in Breach Japan verletzeuge habe, dass es sehr gut funktioniert. Das war's. Der erste Wahl ist, dass die Mitgliedstaaten von Breach-Japan aus den meisten Anwesen haben. Aber was er der Kanzler? Ich sage mal, dass die Mitgliedstaaten der Mitgliedstaaten der Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten der Mitgliedstaaten sind sehr jung und sehr viel Kraft. Die Mitgliedstaaten werden mit dem Wettbewerb der Gräu-Zone auf der anderen Seite geflüchtet. Ah, der Typ macht mich einfach nur krank, ey. Ah, der Typ macht mich einfach nur krank, ey. Ich habe eine Frage, wie man sie sich in der Zeit machen. Oh, ich habe es nicht so, dass ich einen Kuh mir nicht mehr so, dass ich mich nicht mehr so, was ich. Ich habe mich nicht mehr so, was ich. Der Kuh? Du hast gesagt, dass ich mich nicht mehr so, dass ich ihn überraschen und mich nicht mehr so, was ich. He, he. 5 Minuten. Aber ich habe mich in Kume-Seid. Wie ist der Kommissar hier? Vorhin habe ich mich vergessen. Hm? Yes! Was ist das? Was? Ja, das ist das Problem. Was für ein Schuss? Die Wahl der Wahl der Wahl ist in einem kleinen Verteilung. Sie können die Wahl der Wahl und machen eine Aussage. Natürlich muss man sich mit der Wahl der Wahl der Wahl. Wenn man so auch nicht denkt, dann kann man sich nicht nur sagen, dass man sich nicht so sagen kann, indem man die Wahl an die Wahl. Es ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Wenn ich mich wähle, kann ich mit Kuhme zu treffen. Wenn ich mit Kuhme erneut bin, dann bin ich kein Wunscher. Ich weiß nicht, dass ich mit Kuhme erneut bin. Ich weiß nicht, dass Kuhme erneut ist. Wenn ich mit Kuhme erneut bin, dann kann Kuhme erneut werden. Wie ist das? Der Bez ? Die Bez ? Das ist es nicht so, was ich? Ich mache mich nicht. Das geht nicht. Dasselbe sein, soll ich mich nicht damit eliciekommen. Und daher kann ich mich nicht mit Jägg oder euch reden, dass ich mich zu 먹는, dass du ein Wunscherchen kann. Was letztlich die Situation, ein Wunscherchen kann ich mich als ich. Ich muss mich daran erwarten, das habe ich einen Wunscherchen. Das ist es, dass du dich, wenn ich nicht in der Wunscherchenstrefeiert. Was ich wünschen, ist es ein Bezug auf die Bezugreifen? Bitte, bitte. Das ist ein Bezug auf die Zahn-Ca. Das ist auch ein Bezug auf der Zahn-Ca. Wenn ich die Zahn-Ca ohne Zahn-Ca, dann muss ich es nicht so rechtfertigen, dass ich die Zahn-Ca zu ermöglicht, dass ich die Zahn-Ca dann verabschiede. Wie soll ich das? Ich weiß es, wenn du zu mindest. Ich glaube, es geht jetzt ein paar mal. Aber überhaupt etwas zu tun, Lenz. Echt nicht die Zielschnitte. Vielleicht oder nicht, wenn ich das Anf borehalte. Ich werde. Ph. W. Ja, mach es. Ja, das stimmt. Aber es ist nicht das Problem. Das ist eine Art und Weise. Dann müssen wir uns in den Regierungsplanen einladen. Daher ist es ein Arbeitsplatz, also wird es in der Nacht geholfen. Hey, wie ist es jetzt? Das ist ein Problem. Ich muss schnell gehen. Gehen Sie! Wo ist die Verteidigung der Verteidigung? Gehen Sie in den Nishihama-Builder der Nishihama-Builder. Gehen Sie! Warte mal, was? Wie war... Hä? Na ja, dann können wir die Wappeninformationen. Willkommen zur Wappenjagd. Dank meiner Verbindung habe ich nun das Privileg, jeden, der ein wenig Versteigerung braucht, ein paar echt üble Typen zu schicken. Okay... Ha! Alter, ich bin gespannt, was jetzt da und dann abgeht. Ich bedanke mich an der Stelle aber erstmal bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Yakuza Like a Dragon, wenn wir dann in die Politik einsteigen. Macht's gut und Servus!